Ja, neben Rico Rossi war heute auch Steven Ruprich zu Gast. Steven, ein sehr wichtiges Wochenende. Wie wichtig ist es für euch? Ja, ich denke, jeder kennt unsere Tabellensituation. Jeder von uns weiß, was die Stunde geschlagen hat. Erzählt jeder Sieg. Wir können jetzt einfach nur von Spiel zu Spiel gucken und müssen zusehen, dass wir jedes Spiel gewinnen. Das heißt, der Mannschaft ist schon bewusst, in welcher Lage sie aktuell steht. Ja, mit Sicherheit. Das geht ja schon eine ganze Weile so. Wir wissen alle, wie eng es gerade in der Tabelle ist. Es geht nicht nur uns so, aber wir haben zum Glück die Tabellenposition, dass wir uns auf uns konzentrieren können. Wir müssen alles dafür geben. Wir wissen, worum es geht, wo die Reise noch hingehen kann und einfach da zusammenhalten, alle Mann zusammen mit den Fans zusammen am Freitag hier eine geile Stimmung in die Halle bringen und alle zusammen eine bessere Zukunft machen. Puscht das euch auch, wenn die Fans ein bisschen laut machen und euch anfeuern? Ja, mit Sicherheit. Man spricht ja immer von dem sechsten Mann. Und definitiv, wenn da eine geile Atmosphäre in der Stadion ist, dann ist das nochmal so ein Stück extra Motivation. Und ich glaube, auch nur so geht es. Was sagst du denn zu dem Gegner jetzt, der am Freitag kommt, zu den Halbronner Falken? Es ist ein Gegner mit einer guten Kadertiefe, die mit vier Reihen rollen können, die nicht großartig auf individuelle Klasse setzen müssen, wo einfach jeder gefährlich ist. Aber ich glaube auch, dass wir vom Team her uns auch schon selber bewiesen haben, was wir drauf haben, dass wir einfach, wenn wir unser Spiel durchziehen und uns alle darauf konzentrieren, auf unsere Aufgaben, jeder seine Aufgabe akzeptiert und macht, dass wir dann auch das Spiel gewinnen. Beschreibe doch mal aktuell das aktuelle Mannschaftsgefühl. Ja, natürlich, jeder muss mit dem Druck jetzt umgehen. Wir arbeiten darauf hin, dass wir nicht nur auf jetzt gucken, sondern wenn man weiter geguckt, wenn man in die Playoffs kommt, muss man halt auch bereit sein. Da muss die Mannschaft gefestigt sein. Und ich glaube aber, dass wir innerhalb der Mannschaft ein großes Vertrauen ineinander haben, uns selber bewiesen haben in der letzten Zeit, was wir leisten können, wenn wir alle zusammenhalten. Und wenn wir das machen, dann kann es hier weit gehen. Möchtest du den Fans noch etwas sagen, die vielleicht am Freitag in die Halle kommen oder sich noch überlegen zu kommen? Ja, Leute, wir brauchen jeden Einzelnen hier, wir brauchen eine geile Stimmung. Für unsere Farmen müssen wir einfach alle zusammenhalten und jeden platt machen. Vielen Dank und viel Erfolg. Danke. 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 Danke.